Klicken Sie auf Link in der Beschreibung unten für die besten Deschauts. Dies ist die Überprüfung der Farfalla, der Rollon Bure Sensitive, 50ml, Produkt. Kundenrezensionen Hilfreichste Kundenrezensionen 1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Bure Sensitive ja, die Wirkung gering. Von Jura. Punkt und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Trotz sehr geringer Neigung zum Schwitzen, beginnt man mit diesem Rollon ebenso zu riechen, als hätte man gar nichts aufgetragen. So zumindest meine Erfahrung mit diesem Produkt im Vergleich zu anderen Deodorants. Ausprobiert habe ich die Wirkung beim Sport, im Alltag benötige ich kein D. All 1 Kundenrezensionen anzeigen. Produktbeschreibung Duftneutral Zuverlässiger Schutz mit anhaltender Wirkung. Aloe Vera und Olivenextrakt pflegen die empfindliche Hautpartie. Sehr sanft zur Haut, ohne Aluminiumsalze, ohne Alkohol. Inhalt 50 ml D, Wasser, Aloe Vera, Jojobaöl, Olivenöl, Trithylcitrate, Zitronensäure, Gehärtete, Gehärtete Palmglyceride, Glycylcaprilate, Xanthan, Pflanzliches Glycerin, Pflanzenlecitin, Aschkorbinsäure, Zitronensäure. Aus kontrolliert biologischem Anbau in C, Aka, Aloe Barbadensäure, Zemondisakinensäure, Zetol, Olea Europea Fruit Oil, Trithylcitrate, Hydrogenatet Palmglycerides, Xanthanum, Glycerin, Hydrogenatetlecitin, Potassiumsorbate, Sodiumbenzoate, Aschkorbikazid, Citricazid. Zertifit Organic. Features. Puresensitiv. Duftneutral. Körperpflege bei sensibler Haut. Punkt Sie können den Rest der Produktfotos über den Link in der Beschreibung zu sehen. Danke, dass Sie sich dieses Video Unruhe. Ich habe die Frage in den Linkin, den Sie wissen. Weder Sie sich dieses Video auf der Kiste. Sie können den Linkin, den Linkin, das wir in den Linkin-Analog再 angreifen. Wenn Sie sich das Video ab und картinen finden, das ja auf die Beanstalk-Annaodefälle zu sehen, ist, dass Sie sich die Einzelmutter-Kollaire, dann Sie sich die Einzelmutter-Kolläritzen, dass Sie sich das Video ab und zu sehen, als Sie sich die Einzelmutter-Kollaire, dass Sie sich das Video ab und eine große Anfaltungen ansempfte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020